Wir von Curly Fotografie wollen dem Verein von Niemals Aufgeben helfen und nehmen an der ALS Pepper Challenge Teil. Sinn davon ist es auf die tödliche Krankheit ALS aufmerksam zu machen und durch das Essen eine Chili das Taubheitsgefühl nachzuempfinden. Es muss ein Heimmittel gefunden werden. Dafür soll geforscht werden und wir spenden dafür und nominieren drei weitere. Justin, Patrick Beigert und Sadie. Ihr seid nominiert. Ihr seid nominiert, das innerhalb einer Woche ebenfalls zu machen und weitere nominieren, sonst müsst ihr spenden. Vielen Dank. Vielen Dank.